Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Borderlands 3. Gehen wir jetzt weiter. Haben wir jetzt einen Constructor klein gekriegt und jetzt wird es bestimmt spaßiger. Hat euch keiner beigebracht zu kämpfen? Ende. Flieger. Erreicht. Mein Weg ist hier zu Ende. Der Kepala wird eliminiert. Ziel ist die Lesier suboptimal. Terror-Reviewung. Der Kepala wird sogar stirbt. Der Kepala wird eliminiert. Ziel aus dem Lesier suboptimal. Terror-Reviewung. Der Kepala wird sogar stirbt. Wir drücken aber wirklich gut Short. Das ist schon Wahnsinn. Zeig mir deine Geheimnisse! Ha 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 ha! Ja, das ist die richtige Einstellung! Kann ich das Schild hier aufspringen, wenn sie genau im richtigen Moment am Schild dran sind? Äh, macht bestimmt nix aus. Verstütz mich! Verstütz mich! Man, schau mal! Wieso reich wird, und Idam schild auf's. Wenn ich ihn hatte, will ich besser. Brutal! So betai care will! Ah Das will ich nicht zurück. Habt ihr sonst noch was für den Fleischwolf? Komm doch näher! Ah, 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 ah. Ah, ich bin hier auf ein Kraftfeldding gestoßen. Was soll ich tun? Der Kontrollraum ist in der Nähe. Da drin sollte es eine manuelle Abschaltung für das Fließband geben. Habt ihr das gesehen? Müsste noch eine Überwache toden sein. Oder nicht? Oh, aber das ist gar nicht gut. Vielleicht sind wir die Fließband angekommen? Ach, ach, ach? Ach, ach! Ach, ach, ach! Ach, ach, ach! Ach, ach! Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Ach, 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 ach! Ach, ach! Noch mehr von euch? Ernsthaft? Also nicht wortwörtlich! Oh, du kleiner Bastard! Ich habe alles, was ich brauche, um dich fertig zu machen und dann lege dich einfach von vorne los! Keine Bemühungen sind fruchtlos! Fruchtlos! Ab in die Klonzone! 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 Aua, das hat weh getan! Der Tod holt uns alle, aber dich zuerst. 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 Ist das wieder ein Constructor? Der Tod holt uns alle, aber dich zuerst. Der Tod holt uns alle, aber dich zuerst. Elektro-Shop-Inferations-Status-Hörigeren-Distanz Rang! Produktion entdeckt nach Kampf! Rang! 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 Oh, du hast diesen Raum gefunden. Schon in Ordnung. Ich bin gerade auf ein neues Untermenü gestoßen und ich denke, ich habe genau das Richtige für dich. Das Haus gewinnt immer, du Neu. Warte mal, wenn man da runter geht, da ist definitiv ein Bossfight. Okay, wir haben ja wieder ein paar Wichterpunkte. Fahrzeugschaden, Akan-Schaden ist beides kacke. Geh mir doch mal einen Kampf rein. Verpacker-Tor. Okay. Wo ist meine Bazooka? Da Ich mach ja keine Summe als Ich will nicht sterben Ich will nicht sterben Todeswunsch, verwehrt Ja Wir tief Ich will nicht sterben Ich will nicht sterben Ich will nicht sterben Ich will nicht sterben So, endlich hab ich den Schild gespuckt Jetzt beginnt der Witze getragen Jetzt beginnt der Witze getragen Wir kommen zurück Auf, auf, auf Ich schlüpze Ich schlüpze Hier ist gut Nein, nicht auf mich! Auf ihn! Ich hab's noch drauf! Hey, ich sieh's gut aus, Alter! Ah klar, mit dem Bossfighter besser, besser aus! Badass, Roboter im Bossfight! Blut! Erhütter Tücklichkeitsmodus, Autorisierung! Blut! 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 Bl Ich habe immer noch den Mann mit dem Wagen stand und bin gerade erst warm geworden. Sobald ich das volle Potential dieses Casinos freigeschaltet habe, sind du und deine verdammten Freunde John! Du musst ihm zu schaffen, Zuckerschnute. Mal sehen, ob wir den Strom für diese Geschütztürme abschalten können. In der Nähe ist ein Rohr, das... Wir gucken uns gleich das Rohr an, aber ich möchte erstmal ein bisschen was und Zeug wegwerfen. Das ist mal ein Raketenwerfer. Der macht 1471 Schaden und den neuen, den wir eben aufgehoben haben, 10.183 x 2. Also 20k Schaden. Pfff... Ah, der ist aber scheiße. Wenn ich mal den aufladen muss, ist das doof. Schaden ist zwar schön, aber ich bleib bei meiner... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Äh... Bei meiner Blitz-Bazooka. Sonst noch irgendwas brauchbares dabei gewesen. Wir sehen uns immer, dass wir hier nicht so viele Leute gucken. Na... Da... 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 Ach, schieß auf Stromkabel, ja gut. Das meint er hier wahrscheinlich, aber ja. Lass mich in Ruhe, du verdammte Psycho-Bearmt! Das geht nicht, Timothy. Wir fangen gerade erst an. Also hör auf, dich zu wehren und komm, mir etwas entgegen. Ah, wir müssen... Hier hin. Ein Geschirr hin. Die Geschütze sind noch offline. Geh zum Turm, Kammerjäger. Du musst Pretty Boy aufhalten. Das Ultra-Thermit ist bereit. Ich bin auf dem Weg. Oh, da können wir mal ein bisschen was verkaufen. Geh zum Turm. 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 und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.